Jo Leute, was geht? Jeff Droh ist hier am Start mit einem neuen Video. Seit langem war wieder eine Aufnahme. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, doch ich habe jetzt die ganze Zeit gelernt, habe noch ein bisschen was vor mir. Morgen schreibt die Unternehmensführung, ich bin ja wie gesagt gerade in der Klausurenphase. Die ist bald rum, läuft doch zur Zeit sehr gut. Morgen denke ich mal eine der schwersten Klausuren, aber es sollte auf jeden Fall klar gehen. Jedoch habe ich gerade ein bisschen Zeit, Pause gemacht und wollte einfach erstmal Danke sagen. Krass, wie so ein Video ankommt. Chefs Real Talk über Einnahmen, Abos, Zuschauer, Trends und Zukunft. IRL war das ja, also viele, die nicht wissen, was IRL ist, das ist in Real Life. Über 1000 Daumen nach oben, ich glaube es waren 1500 Likes, nur 18 Dislikes, das ist ein krasses Verhältnis. Es sind knapp 15.000 Aufrufe, 453 Kommentare, dabei sind nämlich mal alle geprüft worden. Da auch ab und zu Leute irgendwas rein spammen. Und ich wollte mich einfach mal krass bedanken für den Support an dieser Stelle. Ich werde jetzt auf jeden Fall öfter in der Woche mal nach dem Stream, also nicht nach dem Stream, sondern so gegen Ende des Streams, ein Real Talk machen. Da sprechen wir einfach immer verschiedene Themen an, entweder aus gegebenen Anlass über irgendetwas oder auch über was, was die Community bestimmt. Also ihr könnt ihr gerne vorbeischauen, vielleicht Leute, die das nur interessiert, die vielleicht gar kein Gameplay interessiert, wie Clash Royale oder Fortnite. Oder vielleicht sich auch nur an der Person von mir interessieren. Könnt ihr gerne ein Abo und Like da lassen, wenn ihr wollt. Und dann verpasst ihr nichts. Letztens hat Max gestreamt, wir waren noch knappe 800 Zuschauer im Stream. Das hat mich krass gefreut und ich war auch überwältigt über den krassen Support. Aber ich nochmal, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich kann auch irgendwie nie genug Danke sagen, wie ihr mich da supportet und was wir eigentlich jetzt über die Jahre aufgebaut haben zusammen. Finde ich extrem insane. Ich habe mir jetzt kein Konzept geschrieben, ich wollte noch mehr Sachen sagen auf jeden Fall. Ich wollte nur ein paar Sachen noch sagen zu dem Real Talk Video. Wie gesagt, es werden mehrere kommen. Der nächste wird dann sein über, da habe ich ein bisschen über Montas Einstellung geredet, also Montana Black, für die Leute, die ich kenne auch einen YouTuber, mega geiler Typ. Da habe ich so ein Anfangsvideo gezeigt, eine Sequenz, weil da hat er auch so eine Einstellung wie ich und das fand ich mega geil. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Ein Teaser zu einem Interview, was ich gemacht habe für den Stadtjugendausschuss. Ein richtig professionelles Video, das kommen wird. Das werde ich hier hochladen, das haue ich aber noch ein bisschen. Es ist schon hochgeladen, ich will es auch noch nicht veröffentlichen. Dann habe ich über Australien ganz viel geredet, wie man dort Geld verdient, wie ich mich entschlossen habe, was ich nach dem Abitur gemacht habe, wie mein weiterer Werdegang war, was ich studiert habe, wie ich jetzt zu meinem Studium stehe. Ja, da ist eigentlich ganz viel. Könnt ihr euch gerne reinziehen, würde eine Stunde gehen. Ich werde auch so ein paar, wie nennt man das, Watermarks oder so, nennt man das so? Ne, das ist eigentlich auch Videos. Also einfügen einfach so Timestamps, Timestamps werde ich einführen, dass ihr euch da einfach ein bisschen durchklicken könnt, wenn euch vielleicht nur Australien interessiert, wenn euch nur über das Thema was interessiert, könnt ihr gerne mal euer Feedback da lassen. Wie gesagt, ich diskutiere immer gerne, ihr könnt gerne mal im Stream reinschalten, so am Ende des Streams mache ich jetzt, denke ich, öfter so Retalks, auch ab und zu so Reaction-Videos. Werden wir einfach mal gucken, wie das ankommt. Wie gesagt, jetzt wollte ich noch ein paar kleine Sachen sagen. Viele Leute haben das so, glaube ich, auch noch ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ich wollte auf jeden Fall mit dem Video kein Mitleid erregen. Ich habe extrem viel, also wirklich extrem viel Nachrichten auf Instagram bekommen. Erstmal danke dafür, auch offline. Ich habe mir so gut die alle durchgelesen, nur dass jetzt hier noch ein paar Namen vorlesen, wie Jester, Lukas, Lena, Sneaky, einfach Nino, Bayouk, Can, Noah, Tim, PWB und so weiter und so fort. Vielen Dank, einfach jetzt mal ein paar vorgelesen. Ich habe eure Nachrichten gelesen und die waren auch extrem lang. Die sind meistens über vier, fünf Sätze gegangen, weil die einfach schon alles verbraucht haben auf Insta. Nur wollte ich halt, wie gesagt, nochmal sagen, ein paar haben das so ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ich finde es geil, dass ihr mich supportet und ich finde es auch wirklich geil, dass das Video so gut ankommt. Aber ich will auf jeden Fall kein Mitleid, weil ich bin kein Mensch, der erstens Mitleid braucht. Also das weiß ich nicht, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe ja zurzeit alles, was ich will. Meine Familie ist gesund, ich bin gesund, ich habe einen tollen Studium gegangen, ich kann das hier zocken, streamen und so als Beruf machen. Das ermöglicht ihr mir auch. Studium läuft eigentlich bis jetzt gut. Ich hoffe, dass die nächsten Klausuren auch gut laufen. Dann bin ich mega glücklich, ich fliege jetzt Anfang März nach Amerika. Klickzahlen sind okay. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, sie würden besser laufen. Auch vielleicht ein bisschen das Streaming, aber das ist wie gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert und ich erarbeite mir das alles. Und es gibt ja immer dieses Sprichwort, Mitleid bekommst du geschenkt, neid musst du dir erarbeiten. Gut, ich brauche jetzt nicht unbedingt Leute, die auf dem Chineidisch sind. Klar, es gibt immer solche Trolls, die dann in den Stream kommen, wie ich schon gesagt habe, und dann halt einen auf dicke Hose machen oder irgendeinen Bullshit labern. Aber ich wollte mich einfach bedanken und ihr müsst echt kein Mitleid mit mir haben. Sehr, sehr viele tolle Sachen gelesen von Zuschauern, die mich halt motivieren, weiter so zu machen und mich als Person oder meine Art feiern. Das finde ich cool. Mir auch Tipps mitgegeben, vielen Dank. Ich versuche das meiste umzusetzen. Das geht nicht immer von jetzt auf nachher. Aber werkt mir für die Zukunft auf jeden Fall Sachen zu Herzen nehmen, wie zum Beispiel vielleicht in Thumbnails oder im Titel nicht zu spoilern, wie viele Kills man gemacht hat in einem Fortnite-Game oder vielleicht die vielleicht ein bisschen ansprechender zu machen. Da muss ich nochmal ein bisschen mit Egon reden, aber ich finde Egon macht eigentlich wirklich einen guten Job. Er macht echt sehr, sehr nice Thumbnails, sonst würde ich sie auch nicht benutzen. Wenn ich sie selber machen, dafür hätte ich auch gar keine Zeit, würde das noch viel schlechter aussehen, weil ich, wie gesagt, Studium, Stream, YouTube und dann noch Thumbnails machen, das würde einfach viel zu viel Zeit auffressen und noch Videos schneiden. Das ist einfach nicht möglich in dem Rahmen. Aber ich wollte nur wissen, ich habe auch auf YouTube aus den 400 Kommentaren so gut wie jedes gelesen. Ich kann einfach nicht auf jedes antworten, das ist einfach unmöglich. Wenn ich dann auf eine antworte, dann ist ja die Frage, warum antwortest du nicht auf meins? Wenn ich jetzt auf Insta jedem anfange zu antworten, dann fragen auch wieder alle, warum antwortest du dem und mir nicht? Ich wollte einfach nur euch wissen lassen, ich bin da dran, ich lese mir viele Nachrichten durch, auch wenn ich euch nicht antworte, auch offline, ist es mir einfach nicht möglich, weil einfach der Rahmen so oft gesprengt wird. Ich dachte nie, dass ich mal zu diesem Punkt komme, wo ich sage, wieso antworte ich dem jetzt nicht? Weil ich dachte auch immer so damals, ey, wieso antworten größere YouTuber nie auf wirklich geile Kommentare? Meistens auf welche antworte ich ja, aber es ist einfach meistens nicht möglich, weil dir so viele Leute schreiben und so viele Leute was wissen wollen. Und du eigentlich wirklich wenig Zeit hast, wie gesagt, doch wegen Studium bin ich halt nochmal gehandicapt. Da weiß ich nicht. Wie gesagt, einfach in einem Live-Studium vorbeischauen, wenn ihr wirklich was wissen wollt auf Twitch. Wenn es dann IRL gibt, beziehungsweise Realtalk, da werden wir über die verschiedensten Themen gesprochen. Das nächste, wie gesagt, wird eigentlich morgen gedroppt, eine Stunde Video über das ganze Leben in Australien drumherum, was nach dem Abitur abging. Wie gesagt, die Einstellung zu Montepartisa, ein paar Ausstelle aus meinem Vlog von Australien. Da musste ich leider die Audio ausmachen, weil ich sonst einen Copyright-Claim bekommen hätte. Deswegen habe ich da jetzt einfach Musik drüber gelegt, aber ich labere einfach nur, wie ich da aus dem Flugzeug springe und so einen Scheiß. Und da könnt ihr euch das gerne reinziehen. Heute wird es auch keinen Stream geben. Wie gesagt, morgen schreibe ich Unternehmensführung. Extrem ekliges Fach, finde ich. Also für mich jetzt, jetzt weiß ich nicht. VWL wird auch nicht so geil. Grüße gehen raus an die Leute, die gerade in der Klausurenphase sind, in der Abiturphase, was auch immer. Oder vielleicht auch gerade hart am Arbeiten sind. Wie gesagt, respektiere ich vollkommen. Ich wollte mich einfach nochmal herzlich bei euch bedanken. Ich versuche das meiste umzusetzen. Aber wie gesagt, nicht in den falschen Hals bekommen. Mit Leid bin ich der Falsche für. Soll es auf jeden Fall Leute geben, die das nötiger haben oder vielleicht brauchen. Aber wir wollen als Community zusammen was erreichen. Ich will was mit euch erreichen. Ich will selber was erreichen im Leben. Und da ist einfach immer nur das Motto, dass man halt dafür hart arbeiten muss. Und wie gesagt, auch das annehmen muss, was die Community sagt. Und wie gesagt, da werde ich mir auch dann nach der Klausurenphase ein paar Konzepte schreiben. Habe ich auch schon gemacht. Ein paar Videodehnen in den Startlöchern. Ich muss auch gucken. Ich bin auch irgendwie ein bisschen begrenzt, was das Videoschneiden angeht. Ich habe richtig geile Videodehnen. Aber mal schauen, ob das das Skilllevel zulässt. Naja, sonst gibt es glaube ich nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, ich habe kein Konzept geschrieben. Sollte ein Realtalk werden. Ist ja auch ohne Konzept. Ist wie gesagt offline entstanden, nicht online. Weil ich jetzt gleich wieder weiter lernen muss. Ich schneide das Video für euch. Wird jetzt gedroppt. Und dann wird das Mic auch gedroppt. Fuck war der schlecht. Fuck war der schlecht. Okay. Das war's, Leute. Das Wort zum Montag. Heute ist Montag. Scheiß Montag. Ich hasse Montage. Außer so ein Ferien. Dann hast du längere Zeit, um zu chillen. Eigentlich habe ich auch Semesterferien. Aber ihr wisst ja, die Klausurenphase ruft. So Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ihr könnt auch gerne ein Follower auf Twitch droppen. Wenn ihr, wie gesagt, nicht so die Leute seid, die gerne Zocken verfolgen. Oder sagen, ich bin zu schlecht für euch. Oder euch gefällt nicht mein Spielstil. Fortan und Clash war gar kein Thema. Könnt ihr gerne mal abends reinschalten. Wenn es, wie gesagt, Realtalk gibt. Würde mich freuen, euch mal im Stream begrüßen zu dürfen. Können wir gerne Themen ansprechen. Einzige Ausnahme ist Politik, Religion. Über sowas rede ich nicht gerne. Weil da gibt es immer gespaltene Meinungen. Sonst alles erlaubt, was ihr wollt. Fragt mich aus. Ich frage euch aus. Ich frage nach eurer Meinung. Bis dahin, Leute. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns dann aller spätestens Mittwoch im Livestream. Heut rein. Euer Steff. Werbe. Seitens.